Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Schülerinnen und Schüler, ich erinnere mich noch ganz genau immer, wenn die Sommerferien zu Ende gingen und ein neues Schuljahr begann, war das für mich eine spannende, aber oft auch eine schwierige Zeit, denn etwas Neues begann. Für euch ist das so, für einige unter euch wird die Schule überhaupt beginnen, für alle wird ein neues Schuljahr beginnen und für manche auch einen Übergang in eine neue Schulform. Ich wünsche euch dafür viel Kraft und ganz viel Freude, bei allem was euch gelingt, wünsche ich euch viel Glück, bei allem was nicht gelingen wird, wünsche ich euch, dass es immer wieder mit Mut nach vorne geht. In der Schule kann man immer wieder viel lernen, das ist nicht nur Mathematik und Deutsch, das sind nicht nur die wichtigen Fächer, das ist auch viel Miteinander, das ist viel Freundschaft, das ist viel Verlässlichkeit, all das wünsche ich euch auch von Herzen. Ich verspreche euch auch, dass ich für euch beten werde und euch nicht vergesse, denn es ist immer wichtig zu wissen, es gibt einen, der mitgeht und das ist Gott, der soll euch begleiten. Ich wünsche euch ein gesichertes, ein gutes Schuljahr. Alles Gute euch! Ich wünsche euch!